ja hallo zusammen willkommen zurück bei Borderlands 2 mit dem Salirix hallo ja noch mal weiter ja wir sind letzte Folge Level 5 geworden weiter aber nur neue Spezialfähigkeit die Städte wenn wir in der Kappel Acht ist einfach ich meine hier ist so wichtig Prozent ich bin es ganz gut für mich nicht anstatt von den Sturm also werden verkaufen und es kann auch nicht in der Kiste sie sind Warte mal, ich schau mal, ob ich irgendwo einen guten Gegner finde, den er da... Edshot! Mal schauen, was die so ergibt. Hä? Kommen die von unten? Äh, ne. Die sind auch hier bei mir. Irgendwer bleibt... Hey, what the fuck? Ein Sniper ist schon was, Thomas. Ach, da! Äh, ey. Uuuh! Es geht ab. Egal, schlossen mal. Äh, auch mal zu schießen, das ist nicht schwer. Gieß dich auch nicht, halt. Ich mach nur was, ja, mag Fleisch. Da muss ich die Kiste da hinten auf, ne? Joa, ach, da... Da ist eine Schilder, so ein bisschen Kacke, so. Ja, so. Und... Aber wie gesagt, wenn ihr mit spielen wollt, wir verlinken alles unten unserer Account-Name... Ah, okay, das ist eigentlich nicht mehr. Ja, äh... Wäre wundervoll. Können wir tolle Sachen zusammen machen. Wie Kisten öffnen oder spielen. Oh, macht der Zwergenschild. Hab jetzt grad nicht für Waffen aufgehoben. L2O2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Schloss. Kriegst du denn so rum, ja? Kriegst du dein Kind, oder was? Bin voll. Oh. Oh. Ja, man muss immer sagen. Oh, na ja. Oh! 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 Oh. Ah. Oh. Der soll hochkommt. Der soll schnell hochkommt. Deine Zwecke ist gleich down. Und der Zwecke ist 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 auf die Neufel. die Gäste muss man das Leib auf den Kopf ziehen der meisten Schaden wir als eine Böse oder jählen Arnda und hat immer gesagt ein Wettbewerb ich habe noch Was ist da denn los? Was was? Jawoll! Oh, ich liebe meinen Schiss. Heißt hier noch einmal? Hast du das geschickt? Ich hole mir erst einmal die Schrotplinte. Jo, bei mir spackt gerade irgendwas. Ich hab gerade nur noch so 14 FPS, was sehr seltsam ist, sonst hab ich immer 50. Machst du da los? Machst du mal weg. Und lieber die mit. Badass ist bei mir. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin gleich da. So, ich hab auch gerade so richtig scheiße wenig FPS. Ich weiß nicht, was da los ist. So. 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 Anwalt. So. um die Stabilität in der Verkauf um die Stimme Prozent um die Sturz Katzen Brustlosen Lerf mich nicht, mach's mich an. Lass mal los. Zack, Munition aufsammeln. Sehr schön. Viel Glück. Naja. Naja. Oh, jetzt nix von. Naja, schon in der Woche des Tages ungefähr. Oh, ich schaff' eine Frau, wenn... ...eine... 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 ...hine... ...zurechnen würde ich... ..deine... ...das Töten eines Feindes... ...oder... ...derem... ...kurasa... ...aleine... ...Burnusschuss... ...schadenarbeit, eine... ...triffse... Schnellere Eingang Meiner, leichter, schneller Verbesser die Nachlemsschwelligkeit Reduziert doch die Magazilgröße Naja, nimmst du das, das Hört sich relativ gut an So Bist du wieder da? Benni? auf jeden Fall rausschneiden weil ich zu lange weg war und auch nicht mehr da er war nicht gut unterhalten was er noch vorgelesen weil meine Katze konnte sich nicht entscheiden ob sie jetzt raus wäre oder rein ja so sind Katzen halt ne Schäupte und wo es ist nicht sagt Obst Moritz die Klaus als Verschluss noch stets ist jetzt die Obringel genommen hat es sind dann nicht mehr die um also auch sagen wollte vier spiel in ziemlich viel Spiele zum Beispiel M2 er ich bin auch ganz mord ein Kraftsmini Kraft ein Kraft und sieben Kraft und ja und könnt ihr auch und also wir schreiben alles an den Stauern da alles wir alle spielen und noch uns zu liefern Prozent so dann würde ich mal sagen wir machen und fünf Minuten wieder länger wir haben ja nichts Oko zu besessen ich gehe schlager ins Wasser und nehmen auch ab nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut viel Spaß beim Zerrecken da war und ich hätte so gelacht Prozent bis zu reinkohlen an sich hin warum kann ich hin Euro ja auch genau so wurde in der aber jetzt da ein schöner tod sollte gewährt sein gleich weitergelaufen dass die vorne gespawnt ich habe so ein respawn teil gewesen es kostet mir jetzt schon 29 jahre ich werde mal richtig arm hey was ist da so cool ist n das kommt hier das ist besonders die ich war auf dem komischen schule die haben mir dabei gebracht und wie man geht die Schlauze, wie man Geh, wo spricht GAY Das ist nicht GAY Aber wie süß Aber wie süß Ich sag dir, dir wird das Video haten, wie du nochmal was und es sieht Oh Gott Aufhandschlau Wundervoller Name Keine Gegner Und natürlich kommen Gegner Das ist uns doch sein Nicht Sammel Komm nur her So 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 Mann an aus meinem Fernseher beschließt sich hier an dann können auch bis zu zocken was du mit der Person wir können uns über Chess und mit also die sich ein Handy Kölnert Tierstunde der Kostler und schon kauft einer von dieser Sache die die aber ein paar Klasse ist uns auch GTA 5 oder irgendwas zu so ein Spiel Prozent der Allgemeine uns auf PS3 als wir es besitzen bei da habe ich schon uns geht Okay, aber davor will ich dir noch was zeigen, natürlich. So wird's laufen Kammerjäger. Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. So. Ähm. So? So würde ich mal sagen, wir hören für diese Folge auf und machen nicht so Folge weiter. Ja, würde ich auch sagen. Dann sehen wir uns nächste Woche. Folge wieder. Bis dann. Ciao.